Jo, der Überwolf ist wieder da, mit den Handlangern. Oh mein Gott, immer wenn ich die Aufnahme starte, habe ich kurz ein lag. Snackt habe ich gerade schon. Es ist Nacht, so? Nein, you can only sleep at night, das heißt jeden Tag. Ich wollte gerade sagen, ich stehe so auf so einem Berg, die Sonne so richtig prall scheint mir so aus... ...vom Zenith auf meinen knackigen Affenarsch und er sagt so, es ist Nacht. Übrigens ist das hier mein was? Hast du anatomische Anomalien, von denen wir wissen sollten? War's ich? Ne, mein Fuß ist gerade auf, also mein Bein ist gerade auf meinem Knie. Ne, mein Bein ist gerade auf meinem Stuhl. Bei dem ist das wie mit der Vortilgang. Bei dem ist das wie mit der Vortilgang. Weil ich ein Facecam haben, sieht es aus wie mein dicker Cock in der Hose, aber es ist nicht, keine Angst. Ja, weil es da keinen dicken Cock in der Hose gibt, das stimmt natürlich. Dreckiger Huse und so. Was soll das? Hey, noch zwei Jahre, dann kann's ja werden. Ich hoffe, der wächst noch ohne Scheiß. So, ich erkunde mal ein bisschen die Gegend grad, ne? Ja, mach du. Und ich erkundige die Höhle. Erkundige? Ja, ich erkundige mich auch öfter in Höhlen. So, ich fange an, mein Haus zu bauen. Hier ist einfach kein Wasser. Gerard, nein, ich schaffe euch nicht, oh Gott. Alter. Ich wäre zwar nicht gestorben, aber es hätte mir deutlich mehr Leben gezogen. Ey, ich, ich sage, viel Kohle baue ich ab und dann gehe ich Eisen abbauen dort unten, habe ich gesehen. Warte, wie viel Kohle ist hier? Bier, Stier, geh hier lang. So, Dennis, wir brauchen nur noch Diamanten, dann können wir uns einen Verzauberungstisch bauen. Also, fünf Diamanten brauchen wir für Spitzhacke und... Alter. Ihr habt nur Glück beim Zocken, Diamanten. Oder hier so. Okay, und ich habe so viel Kohle, damit könnten wir eigentlich pure verbrennen. Aber hier würde wahrscheinlich mein Haus dann abwacken, das ist auch nicht so geil. Mit dem Verbrennen würde ich nicht cool finden, ganz ehrlich, ne? Hey! Hey, lass das doch! Oh Gott. Ähm, wir haben übrigens hier noch, äh, wie heißt die Scheiße? Weiß schon Bescheid hier. Eine Klasse? Ja. Was denn? Jeder hat einen Namen gesagt. Äh, find ich cool. Ich auch. Warum fällt den Scheißer irgendwo runter? Wie ist es normalerweise? Ich hab schon mal eine hohe Höhe gesehen. Aber ist ein reicher Milliardär? Das ist echt, ne? Aber ohne Scheißer geht jetzt wird der Spaß vorbei. Oh my God. Na. 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 Das ist ja alles nur aus Fass. Wer hat das gesagt? Nasty. Nasty. Er wollte nämlich grad Headglotschen gehen. Hat er das auch gesagt? Ja, er so, boah, der Gegner ist ja voll am Headglotschen mit seiner Sky. Oh, ich weiß nicht. Ich bin in meinem Haus, man soll gar keinen Bock mehr auf das Lispel als was anderes machen. Das ist echt so ne ohne Scheißer. Ich hab gar keinen Bock mehr auf das Lispel. So. Und wieder einfach vor der Klappe lügt und so. Warum ist die Truhe glitscht? Die ist einfach offen. Ey. Nein, das glaubt mir keiner. Das glaubt mir keiner. Doch, Robert Enke. Oh. Oh. Zockergasmus. Was? Vielleicht vielleicht doch ne Tate. Ach nütz, ich hab nur den zweiten Monster-Spawner gefunden, der offen gespawnt ist. Meiner, 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 meiner. Ich hab schon alles. Nein. Haben halt nicht alle Menschen so glück und zocken wie du. Ist echt so ne Niklas? Jungen. Ich markier mir den mal ganz kurz. Wegpunkt, neuer Wegpunkt. Was dachte du jetzt für Spawner? Spawner Zombie. Der andere war Skelette, oder? Japp. Ey. Alter. Hä? Ne, der war Rosette. Oh, das ist doch scheiße. Das ist hier, äh, amerikanische... Ähm, wo geht's hier zurück? Freiheit-Spawner. Alter! Ach so, jetzt hab ich wieder... So. Oh. Ich muss immer Y für Z drücken, das ist total scheiße. Ja, das ist... Ja, deine... Tastatur hat sich wahrscheinlich umgestellt. Das geht mir auch verdammt oft. Hm, meine Tastatur sollte sich nicht umgestellt haben. Ich glaube eher, dass das in dem... Ja, ja, weiß schon. Muss man aber... Doch, meine Tastatur hat sich umgestellt. Wie stell ich die wieder um? Ähm, Shift plus, ähm... Plus, plus, plus... So, ich hab 31 Eisen. Ja. Skills. Ah ja. Okay, danke Dennis. Mach mir... Ne, ich hab ja ne Full-Iron-Liftung. Komm mit. Ich hab übrigens... Ich hab drei Name-Tags. Junge. Junge, da kannst du ja eine kleine Familie bauen. Das ist echt so ne... Das ist echt so ne... Das ist echt so ne... Ich find's ja schaust, dass man bei Nitrado keine Forge Server installieren kann. Sonst hätten wir ja auch mit Most Creatures und so gespielt. Das wär viel geiler, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Was ist, ähm, mit Timber? Gibt's auch. Das wär eigentlich praktisch, weil... Dann, ähm, halt Pio zum Beispiel nicht immer einen Block stehen lassen kann. Ah, bist du lustig? Ich bin einer im Let's Play, der alles abbaut. Ah, die lässt die ganze Welt. Also bist du so ein Ludolf des Minecrafts. Ja, so ein Griefer, also. Ludolf. Richtig belastend. Ja, Monster. Ah, das Köken-Kriep auf jeden Fall. Ich geh danach Longboard fahren und... Longboarden ist übel chillig. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr so bei dem schönen Wetter so macht. Also ich bin fast jeden Tag am Longboarden und so. Und am aktiv spritzen auch. Ich hab Angst vor Menschen. Das heißt so, darum geht ja nur nachts raus. Ja, genau. Weil ich liebe es so, wenn die Vampire an meinen Venen nuckeln und so. Bei deinem Facebook-Profil mit den... Leuten, die du dich so rumtreibst. Die sind geil, ne? Wie Matthias sofort wieder so abwertend sagt. Wisst ihr, so ist Matthias eigentlich drauf. Das muss man ja auch mal sagen. Er stellt sich halt über andere Menschen. Jaja, klar. Weil ich der Beste bin. Was der Skorpion ist und bleibt der Letzte... Okay, lass mal das. Auf der Street werde ich euch angucken. Und ja, ich weiß anspucken. Achso, angucken also. Das ist ja natürlich die geilste Höhle aller Höhlenzeiten, die jemals ausgehöhlt wurden, Alter. Nö, nö, ich hab die geilste Höhle aller Höhlenzeiten, die jemals ausgehöhlt wurden. Ja, das war ja auch die absolute Scheißhöhle, der aller Höhlenzeiten jemals ausgehöhlt wurden. Äh, nein, nein, ich hatte die alle. Wir sollen jetzt einfach mal in die Schnauze halten, okay? Danke. Okay, also, wir sind jetzt mal alle ruhig. Gaps leitet jetzt mal dieses Let's Play. Let's go. Ja, ich rede hier. Oh, ich hab jetzt schon Gaps bekommen. Oh, ja, ich auch. Nicht nicht, weil ich Gaps liebe. Oh, ja, ich auch. Oh, ja, geil. Oh, ja, Gaps, oh. Oh, ja, Gaps, oh. Oh, ja, Gaps, Gaps, oh, ja. Oh, ja, Gaps, Gaps, oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Schlecht mal, oh, oh. Biete, Biete. Was geht da hinten bei euch ab, Alter? Was heißt hinten? Weißt du, was hinten ist? Mein Schreiger. Ja, deswegen frage ich auch, was bei euch hinten abgeht. Oh, bitch, please. Also, ich glaube, ich, der Boss wird sich hier. Ich hab meine Let's Show-Welt übrigens vernachlässigt. Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich mal so Let's Show-Dinger mache. Weil ich hab mir so im Survival auch was angefangen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben? Natürlich nur bei mir. Nein, macht das nicht. Naja, aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, soll ich auch mal so ein bisschen so Let's Show, was ich mal so ab und zu mal update, so ein bisschen zeigen, so was ich nebenbei noch baue, wenn ich mal den privat im Singleplayer-Minecraft zocke? Ich nehm danach denk ich mal das Let's Show auf. Und doch. Ich weiß es nicht. Machst du gerade Predator-Knack-Geräusche? Ne, ne, ich versuche einen Huhn anzulocken. Mit Predator-Knack-Geräuschen. Ja. Alter, Wiener stehen total auf Predator-Knack-Geräusche. Ich bin im Bett, Hashtag. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Hat sich mein Nexus 50 starter? Auf einmal ist es dunkel gewesen mit dem Shader, ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Ich bin jetzt voll weit weggerannt, Jungs. Ich kann jetzt nicht pennen. Soll ich das Küchen-Video in die Kamera halten? Nein. Ah, ich find das jetzt nicht so schlimm, oder ist es? Ja, schlimm ist das nicht, aber... Es ist Natur. Ich wusste eh, dass das Ganze so hergestellt wird. Es ist Natur. Ja, es sollte auch jedem klar sein, dass es so hergestellt wird. Aber es schmeckt trotzdem gut, also... Ja, ist halt echt so. Oh nein, ich hab gar nicht daran gedacht, dass ich das erste Scheiße du Wannsohn. Nicht? Soll ich sie in die Kamera zeigen? Ähm... Wenn du mal in Kentucky schreit Ficken hingehst, beschätzt auch keinen... Glaubt ihr, ich darf das in die Kamera zeigen? Kein Batschie-Bürger. Weiß es nicht, genau deswegen würde ich es nicht machen einfach, weil ich nicht weiß, ob das zeigen darfst. Ich bin so ein Nook, ne? Klar, es gibt noch viel Ekelhaft. Also ich hab vorhin ja meinen Schwanz bezahlt. Ja, aber falls er irgendwie ein Channel drauf irgendwas angemeldet hat oder so, weißt du? Echt so, ne? Wenn du das dann zeigst, genauso wie, was weiß ich, wenn du ein Video machst, und bei dem Hintergrund Simpsons im Fernsehen läuft, ist es genauso. Das Lustige ist, wenn du das in die Kamera hältst, ist auf einmal Minecraft getaggt ab 18. Ey, Jungs, ich bin im Bett, könnt ihr auch schlafen? Ja, ich bin eigentlich grad relativ weit weg, ich weiß gar nicht, wo... Oh, ich laufe zurück. Ist echt so, ne? Oder verlass den Server? Nö, ich verlass den Server nicht. Ich will jetzt spielen. Oh, ne, Klaas, ich werde dich kreuz und querbumsen. Ey, ganz ehrlich, ich guck jetzt kurz... Komm, du Hurensohn, Hohn! Oh, du Camper, Junge. Ich überlege gerade, wo der Haus ist. Ey, du Huhnensohn, Alter! Das ist direkt die Schelle vom Meister. Dieses Hohn! Ja, endlich! Zack, ruckzuck, hieb und er trifft mich trotzdem, richtig belastend. Was ich gerade gemacht habe, ne? Locker an Gemachtschlack. Hast du wieder deine Zehennägel gegessen, oder was? Also, meine Frage... Ich geh jetzt hier... Oh nein, oh nein, oh nein. Das war... Ja, ich habe mir voll die Trickshotter am Start, Alter. Die Skelette campen mich, nur die Trickshotten auch. Der ist gerade auf mich drauf gesprungen. Ich habe meine Frage nicht beantwortet. Habt ihr mein Trickshot-Video vorhin gesehen? Nicht vorhin einfach. Hast du, du meinst das, wo du negativ bist? Ne, ne, das, wo ich... Das Video, was am wenigsten Aufwand aller Zeiten war, meinst du? Meinst du das richtig? Ich... Ich wollte Tryhard und Okean schreiben, ob sie für mich editieren können. Weil die haben das Ultra-Edit. Aber ne. Ah, dann ist ihr in den Sinn gekommen, du klaust dir einfach die Effekte aus einer anderen Montage und haust dir schnell über ein 10 Sekunden Video. Und was heißt nicht? Ne, ich habe nur die Kinder-Schreie, dann den Scheiß-Hit-Mark. Die Kinder-Schreie. Ja, das habe ich selbst aufgenommen. Das habe ich selbst aufgenommen. Ich geb's, ich hasse nicht. Weil wir sind kleine Wichser, die ganze Zeit mit, oh my god. Ich meine, natürlich der mit der wunderschönen Stelle. Josh, did you record? Oh god. Meine Güte ein Creeper, meine Güte ein Creeper, oh mein Gott. So Jungs, ich bin kurz vorm... Welches Level seid ihr eigentlich? Sieben. Gleich elf. Ich bin siebzehn. Was hab ich geb... Nein! Ja? Ich komm nach Hause! Ich komm nach Hause! Ich hör nur so BAM! So, gehen wir Penis? Ja, können wir machen. Ich mach mal ganz kurz hier ein bisschen die Lautstärke höher aus Minecraft. Hauptsache, so... Hauptsache, so... Hauptsache, ich dreh mich um und dann guckt mich so ein süßer Creeper mit seinen riesigen Glupsch-Augen an und dann... Oh Gott, sag's noch einmal, komm du Uhrenz-Zohn. Ah ja, ich muss noch pennen, so. Scheiße, ich kann nicht mit Windpferd in der Hand. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind zu viele Gangster in der Nähe. Scheiße, die wollen mein Coke. Was? Mein Coke? Ich bin... Okay, ich hab... Hey! Kennt ihr dieses Übersetzen da auf YouTube? Ich bin jetzt im Bett. Mit dem, please give me cock. Ich hab so gesabbert, wie noch... Ich hab alles rausgespuckt. Ja, zum ersten Mal wieder da drin. Okay, schläft. Hey, bei mir geht das jetzt irgendwie nicht, wenn ich heute umstellen. Ich hab immer noch, äh, falsch gestellt. Versteh' ich nicht. Hey, Leute, ihr habt nichts gesehen. Geht bitte pennen, oder soll ich mich übernehmen? Hey, wie? Ja, hab ich gesehen. Du hast mich vergewaltigt. Gap's in Shuffle 1. Äh, das Ding ist wie... 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 Hey, ich kann die Tastatur nicht mehr umstellen, Jungs. Die ist jetzt wieder amerikanisch, aber ich kann sie nicht umstellen. Ähm, dann minimier mal das Spiel und unten rechts, ähm, wenn du deine normale Windows-Leiste hast, steht da unten dann EN. Oh, ja. Okay, warte. Alter, das hat mich jetzt echt belastet, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt hast du dich wieder auf EN gestellt. Willst du mich verarschen, du Drecks-Nutten-Scheiß? Ja, ja, ich kenne, das ist... Ja, dann starte das im, ähm, sag schnell, im Fenstermodus. Start mal eben im PC neu. Im Fenstermodus, dann kannst du das immer umstellen. Da, Deutschland, du Bastard, Alter. So. Deutschland! Deutschland! Deutschland, Deutschland! Bitte was? Hey, Leute, habt ihr das gesehen? Dieser Zombie, der hatte einfach mal... Deutschland, Deutschland schießt ein Tor! Oh Gott, wir sind ein Pferde! Ich werde alle umbringen! Deutschland, Deutschland schießt ein Tor, Mann! Alter, was ist denn mit meinem Maier? Ah, jetzt, jetzt ist es wieder da unten. Ne, krass, schenkst du mir deinen Sattel. Ah, okay, jetzt ist es wieder auf Deutsch. Bin grad am Frischen, um Nahrung zu bekommen. Ja gut, dann werde ich alle Pferde töten. Alter, was habe ich denn... Ah, jetzt geht's wieder, okay, es hat grad erst... Alter! Achso, jetzt habe ich auch so den Screenshot gemacht. Deutschland, Deutschland, schießt ein Tor. Aber jetzt ist es schlecht, irgendwie, ne? Sorry, wir haben jetzt ein Tor. Ihr seid alles so, äh, Fußballfans, oder? Nein, aber Michaela, nee, das ist die andere Hure. Wie heißt die? Die fette Schlampe. Die hat auch ein Porno gemacht, den hab ich geguckt. Nein, nur die andere. Die hast du geguckt. Die einen nicht, oder? Wer meint? Die Melanie Müller hat ein Porno, oder? Ja, ja. Die hat früher euer Pornos gemacht. Boah, zieht euch diese Leute! Alter, was ist denn jetzt mit der Performance los, Mann? Das kostet mich gerade richtig. Ja, wieso laufe ich denn auf 30 FPS, Alter? Und wieso kommen wir keine Fische? Und wieso bin ich kein Schwarzer, Mensch? Hä? Wo ist, wo... Ach, blick mir. Da hat der den Huren somit einfach. Was ist das denn jetzt für eine Performance? Alter, was habe ich getan? Richtig belastend. Ich fress mich hier durchs Gras wie so ein scheiß Kuh. Alter, ich hab 160 FPS, wie kann das sein? Ein scheiß Kuh. Ey, ich hab's wenigstens nicht mit S gesteigert, ne? Gäbs. Ein scheiß Kuhs? Ja, ja. Das sind überall Kuhs. Ein Jacuzzi. Ey, ich hab Ding... Wie heißt die Scheiße? Aber ich hab mehrere Huns, also. Ich hab... Ich werd gleich wahnsinnig. Ich hab ne Essence gefunden. Da kommst du nach Outlast. Von Minecraft zu Outlast. Also sind's in meinem Zimmer schon wieder gefühlte 43 Grad. Let's play, ohne Witz. Soll ich euch was richtig Belastendes sagen in meinem Zimmer? Sind's genau jetzt 11,5 Grad. Ich könnte natürlich die Klimaanlage anmachen. Das wär geil. Ähm, Gäbs. Aber dann erst, wenn du dich zeigst, damit du mit Facecam machen kannst. Ja, ja, das ist eh klar. Ach komm, die Schnauze. Leute! Aber ich zeig mich eh nie. Mit seinen roten Engelslocken. Also warte, ich blende jetzt bei mir ein Foto von Gäbs ein. Ja. Bei mir übrigens jetzt auch grad zu sehen. Ich hab jetzt grad die Facecam angemacht. Also wenn ihr mich jetzt sehen wollt, den Video. Und ich werde, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, einfach mal dieses Bild von dem roten, von den New Kids einwenden. Scheiße, welche... Ach, die hatte ich. Ja, voll. Voll. Weil ich was machen will. Meine Performance! Oh, mein Headset ist leer. Jetzt muss ich gleich anstecken. Alter. Scheiße auf deine Performance. Du hast sowieso nen Holz-PC. Ich seh echt so... Ja, genau an meinem PC liegt. Das ist übrigens mein PC komplett in der Verlinkung der Beschreibung. Das macht Spaß. Also, das ist echt so, aber... Naja. Ist ja echt so, ne? Ist ja. Er will nur das Amazon werden. Ist echt so, meine Ohne Scheiße. Ist echt so, ne? Also, ich hab keinen Amazon-Link, ähm... Doch, klar. Oder hab ich die von Ronin da beschreiben. So, ich klicke jetzt erstmal schnell mein Headset ins Kabel. So, die Performance hat sich übrigens auch mal wieder beruhigt, Alter. Ist übrigens mal so ein Tipp, ne? An alle Spieler. Falls ihr mal irgendwie sowas... Falls nicht, wenn die Chunks nicht laden... Oder sonst irgendwas. Drückt einfach F3 und A gleichzeitig. Einmal schnell drücken. Ich hab ihm von Ungespielt. Das hat er mehrmals in seinen ungeschlagenen Videos gesagt. Digga, Ungespielt stellt immer die Chance um mit den Optionen. Nein, nein. Oder macht ihr das inzwischen nicht mehr? Ich kenn ihn noch nicht mal. Ne, ich hab das echt nicht von Ungespielt. Ich hab das aus Minecraft Sommerland. Schon klar, ne? Schon klar, ne? Ich hab das aus Minecraft Sommerland von Saratown und so. Das sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Ja, hab ich denn... Hab ich jemals... Hab ich jemals gesagt, dass ich selbst... Ja, gerade eben. Gefällt dir mein Haus? Nein, hab ich nicht. Gefällt dir mein Haus? Doch, ne, klasse. Das ist kein Haus, das ist Holz. Ja. Das ist Abfall. Oh, Junge, wenn du dein Haus aus Federn baust. Alter, lass mich meine Häuser aus Federn bauen, das ist voll, gell? Wie so ein Emu. Du willst die Tür genau da hinmachen, wo es nur in der Höhle runter geht? Nein, nein, ich wollte die hier hinmachen. Ach so, weil hier noch offen ist, Alter. Oh, ist das schön mit 60 FPS. Oh, 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 oh. Also ich hab grad 400 FPS. Boah, oh, oh. Ja, aber ohne Shader. Ja, ohne 400 FPS. War ganz kurz hier. Ich hab 100 mit Shader. Also mit den Cuda Shadern. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Ein Spaß. Wenn ihr auf den Link klickt, kommt ihr auf meinen Amazon Link. Äh, Mugiades Link. Nicht schon. So, 60 FPS. Oh, ne, klasse, ja. Was ist das auch zu mir, Jason? Was? Alter, was? Oh, scheiß grad. Oh, scheiß grad quietscht. Das ist so wie eine Mist. Das ist immer pure. Das ist das, was ich meinst. Lol, ich hab einfach Leder geangelt. Wie krass war das denn? Was hast du geangelt? Deine Mutter, du Uhrensohn. Ja. Ich hab Erfolg geangelt. Krasser Boy. Krasser Haute, meine Freunde. Ich schau mich grad noch so ein bisschen um, ne? Ich weiß nicht, ich mach jetzt in der Folge nicht ganz so viel. Auf geht's, Deutschland, Schießhandtruhe. Ja, ich angel grad, das ist richtig geil, Alter. Angern, Boxig, Überst. Ist echt so, ne? Aber in real life, vor allem in Kroatien. Ähm, WM spielt Kroatien, also Einsteigspiel, Einsteigspiel ist Kroatien gegen Brasilien. Einsteigspiel, ey. Ein Schweinsteigspiel ist Kroatien gegen Brasilien. Ich muss da jetzt hoch, um mich zu töten, einfach runterspringen. Ich mach's sogar wirklich, wenn ich da jetzt irgendwie hochkomme. Ey, Nicklas, wieso bist du da bei mir? Das ist mein Haus, ey. Wo bist du? Ach, du bist da unten irgendwo? Hey, wo ist dein Haus? Das steht da irgendwo noch. Du weißt, ne, krass. Aber ich wollte's dort oben, wo du grad bist, bauen. Ey, da wollte ich auch noch bauen. Keine Nachbarn werden. Ja, scheißegal, ich hab zuerst gesagt, dass ich da bauen werde. Jaja, Gäbs hat wirklich zuerst gesagt. Wir können ja hier Nachbarn werden. Ja, wir müssen ja dich exakt am gleichen Platz bauen. Irgendwo, da will sich ja was finden. So, von der scheiß Xbox-Welt machen, ihr Krebskinder. Ah, ne, scheiß Xbox-Welt. Ne, aber ohne Scheiß, auf der Xbox hätte ich auch noch ne ganz geile Welt, aber die hab ich inzwischen gelöscht. Wieso sagst du's dann? Warum erwähnst du das dann? Weiß ich nicht, weil ich einfach nur sagen... Ja, dann mit dem Scheißabonnenten neugierig... Ach, Scheiße, wir nehmen ja noch... Nein, aber einfach nur so. Weil ich halt ne krasse Welt auf der Xbox hatte, und das wollte ich euch damit erzählen. Echt so ne... Ihr dreckigen, pädophilen Nutten-Söhne, so. Ey, wie du mit deinen Abonnenten umgehst. Hab ich von meinen Abonnenten gesprochen? Ja. Ich hab Sattel geangelt, O-M-G. Ey, Gabe, sag mal, wie viel Glück hast du? Du hast nen Sattel geangelt? Ja. Und ich hab mit Pios Mom geangelt. Ich hatte letztens deine Mutter geangelt... Ne, den String von deiner Mutter. Oh Gott, du sagst exakt das gleiche, was ich gerade zu dir gesagt hab. Ey, Pio, warum hat deine Schwester so nen komischen Namen? Ja, weil deine Mutter ne Schlampe ist. Ja, und irgendeiner muss das Geld nach Hause bringen. Nur weil deine Mutter arbeitslos ist? Meine Mutter ist nicht arbeitslos. Naja, sie ist vielleicht arbeitslos, aber definitiv nicht beschäftigungslos. Ey, Gebärdemaschine ist kein Arbeitsplatz. O-M-G. Alter, ich bin hier gerade fast reingefallen, oh Gott. Ich werde jetzt auch angeln. Ich werde eh so billige Drecksflaschen angeln, man ohne Witz. Man kann, glaub ich, sogar verzauberte Sachen angeln und so. Ohne Scheiß. Ey, ich baue mir gleich mal kurz eine Angel. Ich stelle vor, ich angel jetzt einfach so eine Diamantschwitzsacke. Jujo, oder man kriegt einfach eins. Mit einem Breaking 23, einfach zwischen C15. Jaja, und Luck 88. Das ist echt so ne, und Neonazi. Wie die alle angeln, wie die richtig... Wie so'n Pack... Wie so'n Pack Angler, Alter. Wie so'n Pack Angler, Alter. Wie so'n Power-Way-lose Nordseesmonat. Na los, Fischer, weißt an, ihr dummen Huren-Söhne. Alter, angelt ihr jetzt echt alle? Ja, ja. Angelt schuldet übel. Ne, ne, ich mach was Sinnvolles, damit die Leute wenigstens irgendwas zu sehen haben. Ich hab ne Angel geangelt. Irgendwo. Ich hab ne Patau unter Handel geangelt mit Glück des Meeres 2 und Haltbarkeit. Junge, der hat so viel Glück, Alter. Geh Lotto spielen, Mann. Im ersten Mal, im ersten Mal. So viel Glück. Alter, geh Lotto spielen, das ist ja nicht mehr normal. Sag mal, hast du gewichst vorm Aufnehmen? Im ersten Mal. Er hat... Guck mal, wir sagen ja schon immer, er hat relativ viel Glück, ne. Aber das ist ja nicht mehr zu beschreiben. Der geht einfach zu Werbemilionär und sagt Baum und dann hat er gewonnen. Weil er so viel Glück hat. Ist mir scheißregal. Weil er einfach Günther ja auch so verwirrt, dass er keinen Bock mehr auf den hat und auf dem Schuh tritt. Kannst du ja als Teaser hochladen, Matthias. Ich hab keinen Fisch als erstes geangelt, sondern so'n scheiß Ding. Ich hab Schuhe geangelt. Ich hab Lederstiefel geangelt. Ey. Pure. Änder deinen Slogan. So von Youtube von... Kein Bock mehr auf Zocken, ich nehm jetzt Glück. Ich hab Müll geangelt. Ich hab Müll geangelt. Du hast Müll geangelt? Ja, Lederstiefel. Ohne Scheiß, die schenk ich dann auf meinem Arm. Achso, ich dachte die Totgeburt, die du ursprünglich werden sollte. Ich hab nur Glück bei Zocken, ich hab nur Glück bei Zocken. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ja, nur Dienstags. Oh, wir haben Dienstags. Oh, du bist scheiße. Ich hasse ihn, aber nur Dienstags. Ja, klar. Und dann, oh, wir haben Dienstag, du bist scheiße. www.sin... äh... Komm bevor's nachts wird, will ich noch einen verzauberten Diamanthelm mit Effizienz 1000. Ah, so. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Ja, dass danach Gold aus dem fließt, ne Diamanten. Es fließen ja schon aus dir Diamanten mit einem schweren Tritt auf die Prostata. Und glaub mir, das willst du nicht. Ich hab nur Glück. Ich hab nur Glück. Da darf ich danach das Mini-Clip hoch und Spoiler die Folge, aber ist mir scheißegal. Ja, Mini-Clip ist ja kein Spoiler. Oh mein Gott, ich hab mich verlaufen wie so ein dreckiger Bear-Grills-Hasser. By the way, Leute. Gehen wir pennen? Gibt's unter den Zuschauern vielleicht ein paar Leute, die Intros machen können? Könnt ihr mir ja gerne ein Intro machen? Ja, Intro. Nicht Gaps, sondern mir. Intro hätt ich auch mal langsam gerne, glaub ich. Also könnt ihr mal echt schreiben. Ich hab mal hinten dran. Wie ich einfach keins habe. Was? Was? Ey, hallo, ich mein... Erstmal für Gaps, ne? Der hat zuerst gefragt. Bitte pennen oder soll ich meinen Namen umbenennen? Also wenn ihr Intros machen könnt, schreibt das ohne Scheiß erst bei Gaps. Ich kann warten, ne? Gaps hat zuerst gefragt. Ja. Das ist ganz klar, also. Da will ich jetzt... Da will ich auch Gaps nichts wegnehmen oder so. Doch. Wollen wir pennen gehen? Nee, nicht in diesem Let's Play. Doch, doch. Ich... Ich... Ich lieg schon im Bett. Ja, warte. Ich bin... Ich bin 100 Meter vom Haus weg. Du was? Ich hab einfach zwei Sachen geangelt und die sind ne verzauberteten Angeln. Hat ihr einen Bock, meinen Satz weiterzureiben? Was? Ich finde auch, dass Pierce Mom sehr, sehr nett ist. Ist. Aber auch. Ihr Fettsäcke, Alter. Ihr Elendigen! Komm Niklas, geh jetzt endlich pennen. Ich will noch mehr angeln. Ja, ich bin gerade auf dem Heimweg. Ach, ohne Witz. Nein, Spaß. I'm in Fuck Evil. Ich bin level 14. Bist du? Ich bin auch direkt in der Nähe. Du bist level 14, Daniel. Ja, komm, leg dich jetzt ins Bett. Junge, Junge, wie... Dieses Haus einfach, wie das einfach... Wie habt ihr zusammen ein Haus gemacht, ihr dummen Schwuchtel? Wir sind zusammen in ne Höhle gezogen, Alter. So wie Gaps Ur... Urgroßväter. Wo ist es also? Vor allem die beiden Großväter, die damals verheiratet waren. Also noch ne halbe Stunde, dann geht Niklas Internet aus. 16, ne? Ja. Wer wird da reagiert von den Eltern? Also ich würd' sagen, Gaps schließlich hab' ich kein Schloss an meiner Zimmertür. Oh Gaps, oh Gaps, lass dein Haar herunter. Alter, wer liegt denn jetzt nicht im Bett? Ich! Ich hab' gerade einen verzauberten Boden geangelt. Oh Gaps, du sagst die ganze Zeit, wir sollen ins Bett gehen und Lisa das Einzige nicht im Bett. Ja, das kommt wegen dem roten Haar. Ich hab' einen verzauberten Boden geangelt. Gaps, wir sind die Babas. Ja, seid die Lacker, Alter. Hä? Also wer dafür ist, dass Hexenverbrennung wieder reinkommt? Wie baut man denn nochmal ne Angel? Ja, das wär's nie erfahren. Mit Sticks und ähm... Fuck, ich hab grad irgendwie voll gelähmt gehabt. Mit Sticks und... Wie heißt das? Schnur. Ja und wie angeordnet? Ich hab' absolut keinen Plan, wie man ne Angel baut. Ich mein' rechts bis nach ganz oben und dann diagonal runter von oben. Diagonal runter geht ja nicht. Irgendwie so war das, ich weiß nicht mehr genau. Hä, ich kann nicht mal nen Bogen bauen. Achso, ne, weil das auch falsch rum wär für nen Bogen. Also ich hab'n Bogen geangelt, ne Klische durch. Das hört sich doch auch. Echt, ernsthaft? Hä, ich kann nicht mal nen Bogen bauen. Ja klar, ich hab' ja verzauberten Bogenangelt, bist du dumm? Ich hab'n verzauberten Bogenangelt. Äh, nicht Bogenangelt. Scheiße, ich bin so ein Stück Scheiße, Mann. Leute, könnt ihr mir bitte sagen, wie man eine Angel baut? Hab' ich vergessen. Gebs, sag doch jetzt. Warum sagst du mir das denn jetzt? Mit drei Sticks und einem 88 Schnürsauce. Was? Ich hab' ne Sonne geangelt, ein Kugelfisch ist das. Ja, wo kommt denn bitte schon die eine Schnür? Ich hab'n verzaubertes Bogenangelt. Ich schwör'n einfach mein ganzes Leben lang. Nur noch alles ohne Scheiße. Gebs, ich will jetzt wissen, wie man nen Scheiß Bogen hat. Ja, drei Sticks, zwei Schnüre, wie ne Angel angeordnet. Ja, wie, wie ist denn ne Angel angeordnet? Ja, wie, wie ist denn ne Angel angeordnet? Es funktioniert aber nicht. Warum hab' ich keine Schnüre? Ach, oder so, oder was? Oh Gott, Alter. Ich will gar nicht wissen, was du getan hast. Ja, ich hab's gebaut, wie ne Angel bei dir echt aussieht. Warst du noch Schnüre? Ja, komm, hier, da. Ja, auch ein Kugelmissgeburt. Also, ich angle noch dreimal und dann könnt ihr euch verpissen, ihr dummen Hurenzirne. Ich hab' mir scheißegal auf meine Folge langweilig ist, es macht Spaß. Ohne Scheiß, ich werde aber meine ganzen Folgen lang ab jetzt nur noch angeln, also ihr müsst auf jeden Fall mal gucken. Heißt du, Dennis, haben wir noch was zu essen? Ja, ja, noch einiges. Okay, kannst du mir ein bisschen was geben? Ich guck' in die Truhe. Batman. Oh. Weißt du, ich hab' dreimal geangelt und ich hab' erst einen Fisch geangelt. Nehme ich das einfach mal mit, was in der Truhe war. Oder brauchst du davon noch was? Ein Seeblatt noch eins da. Ach, warte, ich kann dir Eisen hier lassen. Na los, du Anson, Mann, scheiß Fische oder scheiß Abfall geangelt. So, ich will jetzt aber auch ne Angel angeln. Wieder ein Fisch, okay. Angelst du eigentlich mit deiner verzauberten Angel-Angel oder mit einer anderen Angel? Jojo, die hat Glück des Meeres. Oh, da, was hat die für'n Abfall? Alter, warum krieg' ich das nicht hin, Mann? Nee, nee, ich hab' nur mit des Mädels. Also, wie war das, rechts auf, rechts ganz hoch, ne? Oh, was? Rechts ganz hoch, also die Stöcke und dann, äh, Strings. Ich hab'n Lachs. Nee, du musst die Sticks einmal diagonal von links nach rechts runter ordnen. Was ist das, wenn du denn hattest? Scheiße. Ja, und dann zwei Fäden da drunter. Ja, darauf muss erst mal kommen, dass so'n Angel gebaut wird. Also, das find' ich logisch. Nee, das ist absolut nicht logisch. Ich find's logisch. Ich hab'n Sattel geangelt. Du drängst dich dreimal im Kreis, 28 Minuten aufgenommen. Nee, nee, du angelst dreimal und dann hast du was drauf. Hä? Bei mir beißt nichts an bei der Angel, ich hab' nur Pech beim Angeln. Ist echt so, ne? Ich hab'n Sattel geangelt. Niklas, ich brauch'n Abfall nicht. Ja auch. Was hab' ich jetzt? Scheiße, wieder einen Fisch. Nein, ich will noch ein Abfall-Ding. Ach, fuck. Ach so, sorry. Ich musste grad' gucken, wie die Animation hier aussieht. Ich lass' hier auch die ganze Tüner ficken, find' ich auch ganz chillig. Tüner ficken und angeln, das ist das Leben. Das ist echt, das Minecraft-Leben ist tot. Das ist echt so, ne? Wir haben ja ganz viele belastet, weil wir am Anfang geschrieben, dass ich angeln soll. Ich hab' grad'ne Wasserflasche geangelt. Ja, jetzt ist es der Fall. Ohne Scheiße, geht gar nicht. Ich hab'n roh'n Lachs geangelt. Doch, Water Wattle. Ohne Scheiße. Ja, ja, Lachs gibt's auch. Ich hab' auch'n Kugelfisch geangelt. Das ist Churchill the Beast. Ich hab' auch'n Kugelfisch, darum hab' ich gesagt, ich hab'ne Sonne geangelt. Ich hab'n Kugelfisch geangelt. Ich hab'n Kugelfisch geangelt. Oh, da legt er sich an. Beef, also Beef. Ich bin auf Krawall gebürstet. Komm, Fischis. Ich will noch eine Sache angeln. Ich hab' zwar gesagt, noch zwei, aber jetzt bin ich schon bei der dritten. Komm. Ich will eine andere Sache angeln, als ein Fisch. So, das letzte Mal, weil dann sind wir bei 30 Minuten. Komm, 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 komm. Alter. Niklas angelt sich auf, ne, ne, n Gürtel oder so. Mit vielen Schlägen. Oder ne Sexpuppe, die man kann. Ich hab' auch ne Sonne geangelt. Ich pack's nicht. Die sieht bei mir wirklich aus wie in der Sonne. Ja, bei mir auch. Der heißt aber Pufferfisch bei mir. Jaja. Was? Bis habe ich nichts bekommen. Ach, scheißegal. Das Gesetz bedeutet Rohrlachs. 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 Das ist eine sehr seltene Kreatur, die man nie in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit sieht, weil die immer nur in Metallrohren im Abfluss wohnen. Also Jungs, die Frage ist eh verkackt, darum angel ich jetzt noch bis folgende Ende. Hä? Ich versteh's nicht. Oh, ich hab' ein Schwein geangelt. Was ist das? Hä, mein, dein Vater? Dein Vater. Dein Vater hast du geangelt? Ja, weil das deine Mom immer gesagt hat, ich hab' mir damals ein Schwein geangelt. Oh. Der war krass. Komm. Wie kannst du ein Schwein angeln? Ja, das Schwein war im Wasser und ich hab' die Angel genau in uns reingeschmissen, hab' ich sie zurückgezogen und dann kam das Schwein mir auf einmal entgegengeflogen. Ach so. Der hat richtig, der Cheater, ne? Ich hab' nen Name-Tag geangelt. Ach so, nur Glück. Nur Glück. Aber lass uns sagen, ich zieh jetzt noch einmal die Angel ein, das dauert noch ein paar Sekunden, dann würde ich sagen... Nee, nee, danach werfen wir noch einmal alle aus. Gemeinsam. Und dann... Okay. Wartet noch, wartet noch. Ich bin noch drin, ich bin drin. Ich hab' noch'n Sattel! Leck' meine fette Rosette, du Bastardkind. Ja, bei mir beißt was anderes ist nichts dran, okay. Ach so, wir wollen ja zusammen auswerfen, ne? Ja, ja. Seid ihr bereit? Ja, ja. Zwei, drei. Drei. Ein Verzauberungstisch mit Verzauberung drauf. Ich hab' den Ender-Drachen gehabt. Ich hab' den Ender-Drachen gehabt. Der Ender-Drache ist ne Truhe voll mit Diamanten. Wär' kleiner Nachteil. Schau' mal vor, beißt er mit der Ender-Drache an und zieht dich so durchs ganze Meer mit, Alter. Sechst und dann stirbst du und dann bist du viermal aus dem... Dann kannst nie wieder Minecraft spielen auf der Welt. Jetzt bin ich zu behindert, jetzt hab' ich vergessen, mit rechts klickt sie hier. Oh, ich hab' nen Sattel geangelt auch. Nur Glück, ne? Weil mir beißt nix an. Bei mir auch noch nix. Niklas hat das echt, ne? Nur Glück, ne? Ja, mal wieder nur, ne? Das gemeinsame Ender-Drache. Das ist bestimmt total auch spannend anzuschauen einfach. Oh mein Gott! Ich hab' ne Fishing-Rod mit Luck... Äh, was? Luck... Ne, Lure 2, Luck of the Sea 2 und Unbreaking 3. Gäbs? Dennis? Machen gemeinsam ne Angel-Folge, okay? Ja. Jaja, machen wir nichts. Du wolltest doch mein Eisen mitbeziehen, oder? Oder nein, übernicht. Weil die Warg ist bei mir schon eine komplette Angel-Folge. Ne, ne, ich hab' hier noch Eisen, wenn du brauchst. Nein, nein, das war jetzt Spaß, weil ich darauf anspielen wollte, dass, äh, als Tauschwerter für die Angel sein muss. Wieso willst du das haben? Was? Na klar, ich wollte die nächste Folge ein bisschen angeln gehen, auf jeden Fall noch. Lol. Also, wenn du sie nicht brauchst, dann bist du gern. Was ist Gap? Hä, wo bist du denn? Warte. Ich hab' auch nen Name-Tag geangelt, oder, oder, n, 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 n Hunats gedroppt, eins von beiden. Alter! Hunats gedroppt. Köder 2, Glück des Meeres 2 und Haltbarkeit 3, das ist die Mega-Angel des Megatodes. Hast du die geangelt? Ja. Ja. Die hat Dennis mir gegeben. Hier kannst du die Angel abnehmen. Gibt es Dennis, die die Angel gibt? Ich hab' doch ne Angel. Achso. Ja gut, jetzt hast du zwei. Du brauchst ne paar Reserve-Angeln. Äh, die hat Haltbarkeit 3, ich glaub' nicht, dass das so lange dauert, äh, dass das so... Ey, wir fahren einfach Milliarden von Angeln hin. Zwei nämlich, um genau zu sein. Ich seh' schon den Haytin da vollgas, aber hier ist mir scheißegal. Ey, willst du noch was? Das hab' ich noch nie gesehen. Also, wenn du euch gefallen hat, dann angelt mal nen Daumen nach oben hoch. Was ist das? Äh! Was? Mein Bett brennt! Und angelt auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und wenn ihr fertig geangelt habt, dann würde ich sagen, tschau, bis zum nächsten Mal. Und... Ach ja, warte, warte, du fett Stück Abfall, Mann. Ich hab' Buchschutz 3 und, ähm, Glück des Meeres 3 gangelt. Ja, nur Glück. Also, ich sag's, haut rein. Ist das dein Ernst? Nein, ich mein' Madias. Ja, haut rein. Bis dann. Ja, haut rein. Bis morgen, 17 Uhr. Ciao. Jo, haut rein. Möge sie... Immer noch nicht. Vielen Dank.